Na gut, ähm, ja, da haben wir den Herrmann da gelassen. Ähm, kann das sein, dass wir noch rücksichtsloser und noch keine Ahnung geworden sind? Ich sag mal bloß den, den, den Besenstielbaum, ja? Oh, in der Zwischenzeit. Ich bin auf meine eigene Initiative. Wenn ich eine Initiative möchte, dann werde ich es. Natürlich, Herr. Ich brauche Sie, um ein Team zu sein, und gerade jetzt die Team ist auf eine Sache, die Secret. Ähm, ja, Herr. Was, was ist es? Out mit es? Well, es ist nur, dass... ein paar der Crew haben gesagt. Tell me already! The feeling is that the Secret is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing the Secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly, sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence, and do not presume to know what I am thinking. Sorry, Captain. This will be the last time I bring it up. Yes, it will be. Ups. Ich glaub, da gibt's richtig Beef, hä? Tja. Wo kriegen wir denn eigentlich den, 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 den Dings? Den Schlüssel. Wo kriegen wir den Schlüssel? Ähm... Hh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Unwesendlich, aber willkommen. Yikes. Yikes. Riechen? Nee. Ich muss das Ding kriegen hier. Ist da unten irgendwas? Quatsch, kann ja auch nicht sein. Wie krieg ich denn... Oh. Okay. Ja, na klar. Na klar. Wenn gegessen wird, dann muss auch mal das Essen wieder raus. In der Zwischenzeit. Sind aber hier ganz viele Intermezzos gerade. Was ist das? Was ist das? Oh, was ist denn da los? Was war denn da los? Haben die sich untereinander schon gekriegt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das jetzt? Oh, er fährt von alleine. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, zur Voodoo Lady. Nachdem ich gespeichert habe. Ja. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir nochmal sterben. Ich muss da schnell rein. Ich muss da schnell rein. Ist die Voodoo Lady da? Nein. Okay. Jetzt werden wir das Geheimnis entdecken. Das Geheimnis. Das Geheimnis. Es ist noch ein Schloss. Es ist cheesier than I imagined. Hör. Es wird noch ein Schloss. Noch ein Schloss. Noch ein Schloss. Es wird noch ein Schloss. Noch ein Schloss. Oh. Okay. Hmm. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. This seems like overkill. Well, there's no serial number. Maybe I can break it open. There's no serial number. This is not a problem. I choose to see it as a puzzle. Three points! Ah! Le Chuck, my old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end. With just you and me and the secret. Not quite! I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again. I've underestimated your resourcefulness, Threepwood. But force always wins in the end. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute and I didn't make a dent. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. Thank you for the info. That would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute outside that door. The deal is off. Don't even think about following me and count to a hundred before you leave the building. A hundred. Guybrush! Whiteybone said she saw you come in. Are you alright? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? The truck has the secret. And he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. Okay, Teil 5. Unter dem Affenkopf. Oh, sie weiß es. Du weißt ja, was man überhaupt um Letz und Eier sagt. Oh, Nonsense. Give me 12 examples. If you meant to challenge me, you should have gone for a larger number. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in 5 minutes flat. That's quite impressive. Even for you. Frankly, I think I did them a favor. That stuff with the contests was nutty. Traditions are great to have, but you shouldn't base your government on them. I can't say that I disagree, but it wasn't really your choice to make. Technically, yes it was. As dictated by tradition. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. Fuss. I was solving puzzles. These situations come up and there's only one way to work things out. Is there? Incidentally, I think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. How many is that now? Four? Did you know the museum of pirate law has shut down? Nein. Two of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only one name in the guestbook. Was? Ich stand im Gästebuch? It was the only way to find the sunken ship. You'd have loved the ship, Elaine. It was gorgeous. It's sort of fallen apart now. But I didn't do that on purpose. The key was stuck. Haha! I hadn't heard about that one. Herman Toothrot is also a little upset with you. Was? He says you took his key and left him in a dark cave. Woher war es sie denn und wie ist er rausgekommen? Wie hat sie das geschafft? Was? Ich versuche zu finden, ein Geheimnis, was? Mal zurückrechnen. Was einfach mal lumpige 32 Jahre alt ist und nie gelöst wurde. Wissen. The secret isn't about having something, it's about knowing something. Genau, 32 Jahre. Richtig. Richtig. Be careful what you wish for. Uh-oh. Here we go. Just like old times. Are you ready for the caverns? I remember them. Full of lava and tiny ledges. It's a good thing you're wearing your adventure boots. Hope you also brought your adventure sword. Well, well. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Oh Gott. Das ist ja alles hier. Oh, da werden Pixley Erinnerungen wach. Elaine's buying me time by taking care of Flair. I should use it wisely. Oh, bitte nicht, dass die... Wally. Hey, Wally. How's it hanging? Seriously, that's the joke you were going to use right now? I'm trying out some new material. Don't quit your day job. Wally, what happened? As if you don't know. How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck came into the shop storming mad because he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head-scratcher how that happened. Thanks for the C-map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. That mop map you made for me was a winner. Oh, yeah, that's right. I did make you a mop map. Wait. It's all starting to make sense now. What's in? Why is it that every time our paths cross, good old Wally is kidnapped or tormented or worse? Weil er selber das macht. Weil er sich selber in diese Schludrigkeiten da rein manövriert, ne? Ach, ich wünsche, ich könnte dich aus diesen Schackels raus. Du und ich beide. Ja, ich würde gerne im Chat bleiben, aber ich muss das secret haben, bevor LeChuck macht. Klar, weg, weg. Wally wird alles gut sein. Ich bin nicht gut, mit dem Messer zu jimmeln. Warte mal, Fessel öffnen. Ich brauche die Schlüssel, um die zu öffnen. Es ist ein bisschen late in dem Spiel. Können wir ihn nicht öffnen? Hier, mit dem Torschlüssel. Ah, da passt doch gar nichts. Das Kuss ist nicht fit. Ich brauche einen Kuss, um diese zu öffnen. Wow. Okay. Warum? Was ist denn da in der Torschlüssel? Korrekt. Ich will da sein, bevor er es öffnet. Was ist das hier vorne? Ja, das ist richtig. Run! Was ist das hier? Was sich so bewegt? Höh. Warum zwinkert denn das? Den sichern Tod durch Lava erwägen? Ich kann nicht wirklich so gut sehen. Da ist viel Lava. Rüllen. Spring. Spring. Okay. Hier geht's. Okay. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Lachuck. Ich komme für dich. Oh, da sind Kotscheiben. Ich komme für dich. Die Mütze da unten. Och nö. Just once. Ich will das einfach sein. Nur die organisierte Pirate wird passen. Nur die organisierte Pirate wird passen. Was haben wir denn? Wir haben jetzt die Wege. Den Weg versuchen. Zurück zum Lavasee. Den Weg versuchen. Mehr Weg haben wir nicht. Also einen Weg suchen. Oh. Das ist kein Kieselstein. Das ist eine Mütze. Es sieht wie ein Kieselstein aus. Aber mit Sten. Ich kann zusammenfassen. Hier ist noch eine Mütze. hier ist aber keine Münze jetzt sind wir einmal im Kreis gedreht wir haben drei Münzen wir können auch nicht zurück zu Wally, ok aber wir könnten ihm eine Münze geben Steingoldstück, Steingold, wollen wir hier, ne können wir nicht I can relate Yep, it's made of stone Yep, it's made of stone I'm naming it Captain Squint Okay, es bleibt auch wirklich ein Rundgang Only the organized pirate will pass Nur der organisierte Nee, der on Only the organized pirate will pass hmm hmm I've got enough to last me. Okay, ja. Schielen. Ist aber Glück, dass wir das alles haben, oder? Warum leuchtet das jetzt hier an der Seite? Das ist doch Glück, dass wir das haben, oder? Jetzt beim Ernst. War da nicht irgendwas optional? Ich glaube, da war irgendwas optional, oder?